moin leute willkommen zum video des tages hier ist eine spinne ach egal heute machen wir das wieder aus dem handy weil viele haben sich einfach beschwert warum ich mein handy nehme und dann auch pc filme was ich relativ nicht ganz so schlecht finde ach egal und heute werden wir auf das neue song von hey moritz anhören ich muss ehrlich sagen ich habe mir kurz angehört aber danach habe ich gedacht ich mache das lieber mit den zuschauern warum ich 166 wieviel das weg hat sich denn da hatte ich bin auch am pc kann ich gucken 38 aber so schön war das auch nicht würde ich mir auch ein design geben ja egal dann nennt sich das schon mal bei moritz moritz ein heute gemacht um 18 uhr 100 jahre später keine verbindung was für keine verbindung das handy so schlecht dass es sogar nicht finden kann ach doch wie nennt sich das immer drauf aber jetzt habe ich ihnen das hier ich habe ja heute schon video gemacht warum habe ich 22 sich dislikes obwohl das jetzt 38 vielen dank dafür warum auch immer zwei daumen nach oben ist perfekt 38 ist es noch besser so dann hören wir uns das an seht ihr auch ich habe noch keinen daumen nach umgegeben weil ich das nur ich habe bestimmt den ganz kurz da habe ich stopp gemacht und dann habe gedacht ich mache das gleich und das starten wir jetzt das anfang fand ich jetzt so sehr schön also sehr schön gemacht jetzt 600 videos jeden tag eine millione muss in einem jahr der kleine junge hat ein festes ziel oh shit der grind is real es war 2012 ich habe einfach ein kanal erstellt ohne witz keiner kann zu mich und jetzt machen alle anderen mit meinem namen klicks hatte nicht viel aber eine vision immer hart am husteln und es hat sich gelohnt alles was sie wollen ja das habe ich schon heute sind wir mehr als eine million und der plan ging voll auf wie hat alles geklappt das frage ich mich auch meine family hat immer an mich geglaubt ohne euch wird das alles nichts mehr als ein traum und heute sieht es sehr gut aus hat meiner schwester einfach mal ein pferd gekauft und am ende sage ich was ich von den besser fanden das von gestern wo ich viele dyslex bekommen habe 166 aufrufe das wird bestimmt weiß nicht wie viel ja und sage was besser ist ich habe vielleicht schon ein 100 videos jeden tag einem mio in einem jahr der kleine junge hatte ein ziel oh shit der grind is real 600 videos jeden tag einem mio in einem jahr der kleine junge hatte ein ziel oh shit der grind is real jetzt bin ich 17 eigene wohnung keine arztwammer alles in ordnung ich mach mein ding und reiß um die welt alles online gestellt ich bleibe ich selbst scheiß auf das geld ich hab alles was ein simon will dezember einahmen auch im april ich fand gerade erst an ich fand gerade erst an merkt ihr meinen namen merkt ihr meinen namen merkt ihr meinen namen merkt ihr meinen namen 600 videos jeden tag einem mio in einem jahr der kleine junge hatte ein ziel oh shit der grind is real 600 videos jeden tag einem mio in einem jahr der kleine joh hatte ein ziel oh shit oh shit So, mein Fazit, also was ich jetzt am besten fand, ist, das kann ich mich relativ nicht entscheiden, weil jeden Tag das Song und diese dicke Klippen waren beide sehr gut, beides hat mir, da würde ich sogar ein Like dalassen, bei mir einen Daumen nach oben, wisst ihr? Ähm, ja, und, ja, schaut auf jeden Fall beim Hey Moritz vorbei, und, ja, und, warum ihr Diss geliked habt, dann schreibt sie in die Kommentare, dass ich weiß, warum ihr Disslikes gegeben habt, oder warum ihr Likes gegeben habt, schreibt es unten rein, und, ciao!